Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play One Piece World Seeker. Wir sind in Stahlstadt, genau, und wir haben eine Quest. Und wir haben sogar noch eine offen und die heißt, die Insel erkunden, super, ne nicht das, am Platz von Stahlstadt mit Jill sprechen. Und das machen wir auch. Ich hoffe, ich habe die Steuerung noch drauf. Ich habe jetzt fast eine Woche nicht mehr gespielt und hauptsächlich Sekiro. Uh. Puh. Aber direkt mal hier. Direkt mal hier Baba ausgewichen, ne. So, dele. Das kam jetzt unerwartet. Probieren wir mal was. Gar nichts, Shinny Ushara. Oh, da ist er weg. Komm, schieß. Oh, hat das da kein Damage gemacht, oder? Und tschüss. Flieg, mein Freund. Platsch. Oh, das reicht nicht. Scheiße. Okay. Komm, machen wir das so. Den weiß ich noch. Ah, ich kann ja noch, äh, hier, ähm. Zack, rogetto. Und danach kann man direkt den hier machen. Das ist ja geil. So, äh. Lol, ich bin ja schon da. Gut, das ging schnell. Hallo, Jill. Oh. Entschuldigung. Das ist die Steuerung von Sekiro mit mir durchgebrannt. Oh, hallo, Raffi. Wie kann ich dir helfen? Du hast nicht zufällig irgendwo Sanjis Brüder gesehen, oder? Sanjis Brüder? Ich denke, selbst jemand wie Jill, die fast alles weiß, wird da schon mehr Anhaltspunkte brauchen. Ja, sag ihr doch einfach DJ einmal. Du hast nicht zufällig drei Typen in knallbunter Kleidung gesehen, oder? Roh, blau und grün. Ach, die Typen. Ja, die habe ich erst vor kurzem im nordwestlichen Teil der Stadt gesehen. Ich dachte schon, dass da etwas vor sich gehen muss. Sie sahen ja eindeutig nicht so aus, als ob sie von hier wären. Nordwestlicher Teil der Stadt. Verstanden. Teilen wir uns auf und suchen nach ihnen. Wenn du sie findest, ruf mich über die Teleschnecke an. Let's go, dann suchen wir die Kollegen mal. Äh. So, dann da nach oben. Da haben wir schon Zeit gespart. Oh! What the fuck? It's over, what's? Hä? Nicht verarschen. Macht der so viel Damage? Schieß. Hä? Der hat mich ja gar nicht gesehen. What the fuck? Da vorne ist die Jerma. Warum macht meine Rogetto... ...Damage? Jetzt macht's kein Damage. Ja, dafür haben mich jetzt alle gesehen. Karmaanstieg. Marinegegner. Ich hab' mir ne Mission freigeschaltet. Vertrauen. Die bestimmte Person treffen. Okay. Ja, wie komm' ich denn jetzt so hoch? Ach so. Moment. So. Sie fangen an, mehr Damage zu machen, die Freunde von der... Oh. Marine. Jesus. Regenerier dich ein bisschen, Ruffy. Warum machen die auf einmal so viel Damage? Was ist los? Ah, da unten ist auch noch einer. Komm, wir machen den zuerst. Ey, nicht abhauen. Hey, hey, hey. Peng. Nimm das. So. Alter. Was ist los mit dem? Die machen ja krass viel Damage mittlerweile. Ne, das sind nicht die. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Scheiß? Wieso kriege ich die ganze Zeit Damage? Oh. Oh. Hä? Was? Hä? Ich verstehe das nicht. What the fuck? Wieso kriege ich so viel Damage, wenn ich rumjumpe? Das ergibt ja keinen Sinn. What the fuck? Vor allem vor, dass ich die Rockets gemacht habe. Der andere da, der Sniper, der hat mich nicht angegriffen. Der hat mich nicht richtig gesehen. Und ich habe Damage bekommen. Verdammt viel Damage. Hä? Ich verstehe es überhaupt nicht. Sorry, aber das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Ich meine, I don't get it. I don't get it. Wirklich nicht. Verstehe. Ich verstehe es absolut nicht. Das ist zu viel für meinen Hirn. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ein Shijibukai. Ist hier. Jesus. Jetzt kriege ich keinen Damage. Hä? What the fuck? Probieren wir es so machen. Genau hier war es vorhin. Ja, jetzt kriege ich keinen Damage. Karma-Anstieg. Marienengegner. Super. Nochmal. Wo ist denn das? Auf der Karte. Oh ja, gut. 1,5 Kilometer. Ja. So, also die Jerma. Oh, das hat da sogar Schwierigkeitsgrad. 2. Hat wieder so viel Damage gemacht. Weißt du was? Ihr kennt mich mal. Ich habe eine Kartoffel. So, davon haben wir die Jerma. Der Rote. Oh, wer ist denn schon wieder? Oh, ich weiß nicht mehr. Jan, ich habe Beine von Ihnen gefunden. Befolge ihn weiter, aber sorg dafür, dass er dich nicht entdeckt. Ja, so. So macht das keinen Sinn. Na. Als würde der mich nicht sehen. Irgendjemand entdeckt oder warum? Hallo. Unbemerkt. Unbemerkt. Ah, Ichigi. Sind noch mehr Piraten? Oh, oh. Die haben mich gesehen. Oh. Fehlgeschlagen. Ups. Wiederholen, ja. Oh, nochmal. Kann ja nicht sein hier. Was soll der Scheiß? Was soll der Kackscheiß hier? Ja, das. Ah, ich habe vergessen den Filter fürs Mikrofon anzuschalten, dass man nicht alles hört. Ja, ich mache jetzt eine Flasche auf. Genau. Entschuldigung. Muss ich kurz einen Cut machen. Unomento. Ja, eigentlich müsste der Filter reaktiv sein. Der Filter, aber irgendwie will er nicht so ganz. Okay, ja. Macht nichts. Also, folgen wir dem Kollegen mal. Ha. Dass du einfach nichts merkst, ne. Könnte ich irgendwie ducken? Kann man nicht, ne. Dann müssen wir ihm wohl folgen. Mhm, 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 mhm. Ja, weiter nach oben kann ich nicht. Aber ich kann da nach oben. Und plötzlich ist die Marine weg. Wir sind jetzt Piraten hier. Hallo. Idiot. So. Ja, er hat was am Laufen mit dem Piraten hier. Sieht so aus. Uhu. Oh. So viel zu unbemerkt folgen. Ihr habt nichts gehört da unten. Oh shit, wo ist er? Oh nein. Ah, da drüben. Da unten ist er. Er hat mich gesucht, aber hat mich nicht gefunden. Aha. Na, jetzt redet ihr wieder miteinander. Auch nicht. Oh doch, er kann da noch drüben, oder? Jawohl. Sehr schön. Ichiji, wo geht's hin? Da steht ja niemand. Ah, doch, da hinten. Da hinten ist einer. Was macht er jetzt? Oh, jetzt kommen wir wieder zurück. Wen trifft er denn da? Niemand. Ups. Hat mich nicht gesehen. Shit. Ja, geht doch nach oben. Sehr schön. Oh. Will geschlagen, oder was? Nee. Sie schicken ihrer Laufburschen, um den Deal abzuwickeln? Wollen die den Namen Windsmoke in den Dreck ziehen? Ui. Lass dich nicht von seinen Mäusern täuschen. Er ist überaus fähig. Er ist genauso misstrauisch, wie die Leute sagen. Kommen wir zum Punkt. Alles, was sie wirklich wollen, sind die Waffen. Aber bevor wir uns dieser Sache widmen können, müssen wir uns erst um einen Andringling kümmern. Oh. Dachtest du, wir hätten nicht bemerkt, dass du uns gefolgt bist? Ja, wen hältst du uns? Es ist Zeit für dich zu gehen. Oh, jetzt muss ich kämpfen gegen die Jerma. Ja, moin. Oh. Ja, Damage machen kann er. Alter. Wo sind sie? Lol, die machen Damage. Ja, ich kann mich nicht mehr holen, oder so. Ich hab mich zu weit entfernt. Lol. Willst du mich verarschen? Lol, 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 lol. Was ist das denn? Die machen richtig behinderte Attacken und richtig viel Damage. Der ist ja mal behindert. Das Problem ist, man hat keine Heiltränke oder so, oder ich weiß nichts davon. I don't know. Das ist der erste Boss, der mir ein bisschen Probleme bereitet, ne? Ja. Naja, muss ja auch sein, ne? Das kann nicht immer einfach sein. Das Leben ist nicht immer einfach. Ja, ja, so ist das. So, laden ein bisschen schneller. Das ist genau wie bei Jump Forcer. Da sind die Ladezeiten so ewig lang, das ist nicht normal, ne? Das ist nicht normal. Nein, der Versager ist nicht hier. Ja. Wie kann ich denn den schon wieder anvisieren? Ich hab's vergessen. Steuerung, will ich sehen. Tastenbelegung. Äh. Gehe vor. Ja, das hab ich noch nicht. Hä? Kann ich den schon wieder anvisieren? Weiß ich nicht mehr. Da ist er. Ja, lol. Was hat der für eine Range? Ist klar. Ja, das ist sowieso verloren. Ja, ich hab nicht mal Chance, mich zu verteidigen. Oh, ne. Komm. Noll. Ja, da bin ich K.O. Ich hab nicht immer die Hälfte abgezogen. Ja, moin. Ja, und jetzt das letzte wieder. Fünf Minuten lang. Ja, wiederholen. Ja, ich muss das ja jetzt machen. Ich hab keinen Bock, das später nochmal zu machen. Ja. Ewigs lange Ladezeiten. Tschüssi. Grüße gehen raus an Bandai Namco. Oh, das ist doch Bandai Namco, oder? Ich würd schon sagen. Komm, lad mal ein bisschen hier, bitte. Ist ja nicht normal. Boah, ich muss nochmal kurz einen kleinen Cup machen. Excuse-moi. Ähm, ja, ich hatte kurz einen wichtigen Anruf. Probier was Ganze nochmal. Okay. Halt's Maul. Riss mein Damage. Oh, mo- Oh, was? Halbes Leben auf einmal. Mich verarschen. Oh, fuck. Muss ich einfach ein bisschen ausweichen, bis ich mich wieder holt hab. Ja, danke für gar nichts. Wow, ich hab ihn sogar getroffen. Boah, ich hab auch Damage genommen. Fuck. Verpiss dich. Boah. Baba. Christian Dreadhawk. Lol. Abfahrt. Weiß ich mal, wie ich anvisieren kann. Oh, lol. Ja, da bin ich schon wieder, Kau. Ja, mo- Moin. Ja, das wird ein lustiger Part. Das wird ein lustiger Part. Yippie-a-yay. Yippie-a-yay. Das macht doch richtig Spaß. Nirp. Pff. Oh, Mann. Aber ich hab wenigstens... Ja, ich denke, die besten Waffen sind die... Äh... Ich sag mal. Die... Fernschläge. So, jetzt hab ich's Bock gefunden. Die Fernschläge. Und... Ja, die Bazooka, ne? Denk ich jetzt mal. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Äh... Äh... Entschuldigung. 481 Punkte. Vielleicht sollte ich, ähm... Hier, erhöhte maximale TP. Erhöhtes Regenerationstempo. Könnte jetzt vielleicht noch nützlich sein. Ähm... Mehr TP... Oder mehr Regeneration... Geht's auf 100 Put, dann ist's doppelt so schnell. Ja, let's go. Komm. Kann ich noch was für 100 machen? Ja, ja, hat's Maul. Äh... Hört die maximale Fernangriff-Anzeige. Oder... Verringert den Schaden, den... ...gegnische Fernangriffe verursachen. Oder verringert den Panzermodus den Schaden, den Gegner mit Nahkampfangriffen verursachen. Let's go. Fuck! Pistig! Ja, let's go! Da haben wir noch Damage. LOL! Renn weg, Ruffy! Wo ist er? Hehehehe. Oh! Oh! Wo ist er? Fuck! LOL! Da haben sie mich auf den Arm genommen. LOL! Ich bin doch richtig gut ausgewichen, aber man konnte jetzt nicht die Dings-Anzeige. Möi! Pistig! Post! UST rebel! Hahahaha! Hahahaha! Oh! Initiative! Oh, schon wieder der gleiche Trick. Hahaha! Oh, ne, nicht schon wieder der hier. Och, nö. Ja, super. Goal, ich hab ihn getroffen. Boah, das hat gut Damage gemacht. Machen wir es einfach die ganze Zeit so. Das hat erstens ne geile Range. Und macht verdammt viel Damage. Ups. Ho. Wir sehen uns auf hoher See. GG. Erreiche Piratenrang 10. Oh. Das reicht. Was glaubst du, wer du bist? Für diesen Deal gibt es eine Bedingung. Ihr werdet Schro-Trophy kein Haarkrim, bis die richtige Zeit dafür gekommen ist. Der drittklassige Pirat ist die einzige Bedingung? Der hat vielleicht Nerven. In Ordnung, der geht uns sowieso nichts an. Aber wir möchten diesen Deal gerne zu einem späteren Zeitpunkt abschließen. Gut. Alles klar, dann werden wir hier wohl fertig. Lasst uns gehen. Dieses Mal bist du vielleicht glimpflich davongekommen. Irgendwann wird auch dich das Glück verlassen. Oh, ne, mein Freund. Alles in Ordnung. Du hast zugesehen. Ja, ungefähr seit dem Moment, an dem ihr Kunde sie aufgehalten hat. Meinst du, dass ihr Kunde wirklich nur ein Pirat war? Ah, wie sie geredet haben. Es hat sich danach angehört, als ob der wahre Kunde jemand anderes sein könnte. Ich habe keine Ahnung, was das angeht, aber wenigstens sind sie nicht wegen Sanji hier. Aber trotzdem gibt es genug Gründe, sich Sorgen zu machen. Aber sie sagten, dass sie es noch einmal versuchen wollen. Keine Sorge, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich sie einfach wieder in den Boden stampfen. Ja, danke. Ja, das ist typisch Ruffy. Boah, 370 Fertigkeitspunkte. Pläne, Halsband der Voraussicht. Start neben Mission. Karma, Freund oder Feind, die bestimmte Person treffen. Zeige mal hier. Jetzt habe ich schon wieder 450 Fertigkeitspunkte. Okay. Erhöht Ruffys Angriff im Panzer-Hacki-Modus. Erhöht die Haltbarkeit von Panzerhärtung. Ermöglicht das Ausschalten von Gegnern im Panzer-Hacki-Modus. Ähm, ermöglicht Gum-Gum-Eagle-Storm. Machen wir das mal noch. So. Und den Schaden vom Redhawk erhöhen wir auch noch gleich. Let's go! Und Mission? Machen wir was? Materialenfrage. Halkumhafen. Seltsame Inselfelsen. Vertrauen. Freund oder Feind. Ist das in der Nähe? 100 Meter. Kammeranstieg. Germa. Was habe ich sonst noch für Missionen? Ich habe ein paar jetzt offen. Äh. Ja. Auf jeden Fall. Oder habe ich hier noch was bekommen? Den Halsband-TV-Aussicht. Kein Plan. Naja. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi meine Lieben. Tschüssi meine Lieben.